Ja, ich werde ein kurzes Inputreferat machen im Bereich von 15 Minuten. Das ist nicht abschliessend. Es gibt natürlich da unheimlich viele Systeme. Das sind einfach mal so ein paar erste Eindrücke in dieser Thematik. Und wir können dann in der gemeinsamen Diskussion natürlich auch noch andere Varianten oder Möglichkeiten diskutieren und auch Fragen beantworten. Ich möchte euch zuerst erklären, was ist Smart Home überhaupt so allgemein. Und dann ein paar Steuerungsvarianten aufzeigen, was man wie steuern kann. Und am Schluss, der grösste Teil, ist dann die praktische Umsetzung, wie man mit Solaranlagen oder mit zusätzlichen Geräten eben da irgendwelche Sachen steuern kann und den Solarstrom optimieren kann, also den Eigenverbrauch optimieren kann. Ja, was ist Smart Home überhaupt? Da geht es eigentlich um das intelligente Haus. Beim Smart Home geht es darum, dass man über das Handy zum Beispiel verschiedene Komponente steuern kann. Man kann so das Licht einschalten, den Kochherd jetzt in diesem Beispiel hier sogar, oder die Heizung verändern. Denn in unserem Bereich mit der Photovoltaik geht es aber insbesondere darum, dass der Wechselrichter oder ein zusätzliches Gerät eben den Solarstrom Eigenverbrauch so optimiert, dass die Geräte möglichst dann laufen, wenn man viel Sonne hat. Also, dass der Boiler zum Beispiel dann geladen wird, wenn man eben viel Sonne hat und dass der Eigenverbrauch dadurch möglichst hoch wird. Bis jetzt ist es ja immer noch so in der Schweiz, dass immer gleich viel Energie produziert wird, wie gerade verbraucht wird. In Zukunft wird es dann halt etwas ändern, wenn man immer weniger plannbare Energie hat und immer mehr Energie wie die Solarenergie und Windenergie, muss man den Verbrauch eigentlich der Produktion anpassen. Und eben gerade das Smart Home ist dann dazu da, dass eben dann, wenn man viel Energie hat, viel Sonne, dass dann die Energie verbraucht wird, dass dann der Boiler geladen wird und nicht zu dieser Zeit, wo man dann zu wenig Sonne hat. Da gibt es grundsätzlich zwei Möglichkeiten, wie man etwas steuern kann im PV-Bereich. Einerseits mit einem Relais, das heisst, ein Verbraucher wird einfach eingeschaltet oder ausgeschaltet. Das ist zum Beispiel bei einem Heizstab, bei einem Boiler die Möglichkeit, also wenn man mehr als 6 Kilowatt Sonne hat, wird der Boiler mit dem Heizstab 6 Kilowatt eingeschaltet. Und wenn wieder zu wenig Solarüberschuss vorhanden ist, wird er wieder ausgeschaltet. Also das ist nur ein Ein und ein Aus. Eine sehr einfache Steuerung. Dafür ist es natürlich nicht so optimal, weil eigentlich würde man ja die Energie gerne auch schon brauchen, wenn man nur 3 Kilowatt hat. Auch eine Waschmaschine oder eine Spülmaschine kann man natürlich ein- und ausschalten, wenn genügend Sonnenenergie da ist. Auch bei der Wärmepumpe oder bei dem Elektroauto ist es möglich. Aber es gibt ein paar Verbraucher, da ist es viel sinnvoller, diese halt stufenlos zu schalten. Das wäre dann die zweite Variante. Stufenlos schalten kann man zum Beispiel einen Heizstab und dann wird genauso viel Energie, wie man vom Dachüberschuss hat, in den Boiler hineingepumpt. Also wenn jetzt im Haus 2 Kilowatt verbraucht werden, die Solaranlage aber 3 Kilowatt produziert, wird dann noch 1 Kilowatt im Boiler verbraucht. Und so hat man dann eben einen maximal hohen Eigenverbrauch. Auch bei den Wärmepumpen ist das möglich. Das ist allerdings im Moment noch schwierig. Es gibt erst sehr wenige Wärmepumpen, wo man eine solche Steuerung stufenlos machen kann. Weil die meisten Wärmepumpenhersteller das noch gar nicht entwickelt haben oder gar nicht so das Interesse haben, dass man da jetzt mit der Solaranlage die Wärmepumpe eben noch steuert. Dann beim Elektroauto, da gibt es mittlerweile auch schon gute Ladestationen, die auch das Elektroauto stufenlos laden können. Meistens nicht ganz bis Null herunter, aber immerhin zwischen vielleicht so 3,5 Kilowatt und 22 Kilowatt. Also ein recht grosser Bereich. Hier möchte ich euch jetzt ein Beispiel zeigen, wie genau das funktioniert. Zuerst die erste Variante mit einem Rollet. Also wenn ein Gerät einfach eingeschaltet und dann wieder ausgeschaltet wird. Aber nicht stufenlos, sondern wirklich nur ein oder aus. Das ist eine reale Anlage, die so realisiert wurde. Man sieht, dass der Solarstrom um 7 Uhr begonnen hat. Und kurz darauf wurde schon mehr produziert, als im Haus verbraucht wurde. Und irgendwann wurde die Schwelle von 3 Kilowatt überschritten. Der Boiler wurde auf 3 Kilowatt eingestellt. Also wenn der eingeschaltet wird, dann bezieht er 3 Kilowatt. Und diese 3 Kilowatt wurden hier eigentlich noch nicht ganz überschritten. Also zuerst war ja hier noch die Waschmaschine. Die ist dann angegangen, nicht gesteuert über das Rollet, sondern die ist einfach per Zufall angegangen. Und etwas später, als man dann endlich 3 Kilowatt Überschussstrom hatte. Also erst dann, als die Waschmaschine ausgeschaltet war. Erst dann hat dann das Rollet umgeschaltet und eben den Boiler mit 3 Kilowatt geladen. Also hier sind wir etwas über 3 Kilowatt. Das kommt halt davon, dass man hier auch noch einen Verbrauch hat im Haus. Deswegen ist dann der Gesamtbezug etwas über 3 Kilowatt. Hier sieht man dann, dass plötzlich der Überschuss an Solarstrom unter dieses Niveau gefallen ist. Und deswegen hat der Boiler wieder abgeschaltet. Hier hat man dann kurz gekocht. Dann noch die Geschirrwaschmaschine laufen lassen. Und am Nachmittag konnte dann der Boiler noch einmal laden. Sehr oft kann man dann in solchen Systemen auch einstellen. Zum Beispiel, dass wenn der Boiler an einem Tag nicht 3 Stunden laden konnte. Oder 2 Stunden oder was man auch immer einstellt. Dass er in der Nacht zum Beispiel dann auch noch nachladen kann. Dass man nicht plötzlich noch kaltes Wasser hat. Also das ist eine sehr einfache Variante. Und dann gibt es eben noch die stufenlose Variante. Die dann etwas komplizierter zu realisieren ist. Etwas teuer, aber doch auch nicht so schwierig. Hier ist ein Extrembeispiel. Ein reales Beispiel, das wirklich so eingerichtet wurde. Man hat hier jetzt in Gelb die Solarstromproduktion. Die blaue Kurve, das ist der Netzbezug in der Nacht. Beziehungsweise die Einspeisung über Tag. Und hier hat man jetzt einfach einen Heizstab in einem Boiler stufenlos angesteuert. Das ist ein 6 Kilowatt Heizstab. Man sieht jetzt auch sehr schön, was passiert. Sobald es eine Stromproduktion auf dem Dach gibt, schaltet der Heizstab ein. Und er hört dann mit zunehmender Sonnenenergie die Leistung kontinuierlich bis auf 6 Kilowatt. In dieser Zeit wird am Netz weder etwas bezogen, noch etwas eingespeist. Also da ist die Leistung immer schon bei Null. Und wenn dann der Heizstab eben 6 Kilowatt erreicht hat, wird dann erst der Überschuss ins Netz eingespeist. Und so konnte jetzt hier fast der komplette Solarstrom selber gebraucht werden. Das ist natürlich ein Extrembeispiel. Ein Boiler braucht in der Regel nicht so viel Energie. Das hier ist jetzt ein Beispiel von einem Landwirt. Der hat den Heizstab in einen 1000 Liter Heizkessel eingebaut und bezieht dort auch die Heizenergie für sein Haus. Er hat eine Holzheizung zusätzlich und hat das Ganze einfach so eingestellt, dass die Holzheizung nicht ganz bis auf die maximale Temperatur hochheizt, sodass er dann möglichst seinen Solarstrom brauchen kann und eben weniger Holz braucht, weil er hat nur wenig Wald und hat etwas knapp Holz. Ich muss aber auch ganz klar sagen, dass diese Vorgehensweise hier für mich eigentlich nicht wirklich sinnvoll ist. Es ist etwas schade, wenn man die Energie einfach so mit 1 zu 1 im Boiler verheizt. Man könnte auch eine Wärmepumpe installieren und hätte dann einen dreifach besseren Wirkungsgrad. Also mit der gleichen Energie könnte man dann dreimal mehr Wärmeenergie produzieren. Deswegen bin ich persönlich ganz allgemein nicht so Fan von einem Heizstab. Ich finde, anstatt die Investition in eine solche stufenlose Regelung zu investieren, sollte man besser eine Wärmepumpe oder einen Wärmepumpeboiler installieren. Es gibt natürlich ein paar Ausnahmen, wo das schwer möglich ist, was vielleicht nicht sinnvoll ist, aber im Allgemeinen ist es besser, einen Wärmepumpeboiler zu installieren. Hingegen beim Elektroauto zum Beispiel macht natürlich eine solche stufenlose Regelung sehr viel Sinn. Jetzt kommen wir ganz konkret zu den verschiedenen Möglichkeiten, wie man das umsetzen kann. Da gibt es einerseits Geräte, die sind also unabhängige Smart-Home-Systeme. Andererseits gibt es natürlich auch die Wechselrichter, die das teilweise schon können. Da komme ich dann auch gleich noch darauf zu sprechen. Und bei den unabhängigen Systemen, da gibt es solche, die sind extra für Solaranlagen gemacht worden. Das ist zum Beispiel der Smart-Fox oder der Solar-Lock. Die wurden eigentlich extra extra für ein Smart-Home mit Solaranlagen hergestellt. Und dann gibt es aber auch unabhängige Smart-Home-Systeme. Da wäre zum einen das Shelly Home Automation, Digitalstrom, AVM Fritzbox, Amazon Alexa. Das sind vielleicht so die bekanntesten, die ich hier aufgelistet habe. Aber es gibt natürlich mittlerweile schon eine riesige Liste von Smart-Home-Systemen, die auch sehr viel können. Diese allgemeinen Smart-Home-Systeme, die sind vielleicht ein wenig komplexer in der Handhabung. Die muss man nämlich dann selber auch programmieren. Wobei Programmieren ist etwas weit gesagt. Das kann man meistens zusammenklicken mit relativ einfachen Funktionen. Ingegen bei den PV-optimierten Systemen, die haben dann die Funktionen für die Solarstrom-Eigenverbrauchsoptimierung schon gleich integriert und schon vorgegeben. Deswegen komme ich jetzt als erstes auch mal auf den Smart-Fox zu sprechen. Der wird sehr viel verwendet, um den Eigenverbrauch zu erhöhen. Der ist auch sehr vielfältig. Der kann sehr viel. Kostet so um die 700 Franken. Dann kommt noch der Elektriker dazu, der den noch installieren muss. Und wenn man dann auch noch etwas stufenlos steuern möchte, braucht es noch so einen Türi-Store-Steller. Der kostet auch noch mal ein paar hundert Franken. Da ist man schnell dann mal bei so 1500 Franken mit dem Elektriker. Und deswegen sage ich, wenn man einen Boiler über einen Türi-Store-Steller und einen Smart-Fox stufenlos ansteuern möchte, kann man da eigentlich für 2500 Franken für etwas mehr Ausgaben auch gleich einen Wärmepunkte-Boiler kaufen. Aber der Smart-Fox hat doch einige gute Möglichkeiten. Er hat nämlich vier verschiedene Relais drin. Mit diesen vier Relais kann man jetzt vier Verbraucher ein- und ausschalten. Also das sind alles potenzialfreie Kontakte, die dann eigentlich ein Relais ansteuern. Und so kann man eben zum Beispiel eine Wärmepumpe ein- oder ausschalten oder einen Luftentfeuchter oder was auch immer man möchte. Bei der Wärmepumpe ist es dann wichtig, dass sie einen Smart-Grid-Ready-Kontakt hat. Nur dann kann man sie auch sinnvoll ansteuern. Es macht nämlich nicht Sinn, dass man eine Wärmepumpe ein- oder ausschaltet, je nach Solarstromüberschuss. Weil sonst ist es dann einfach so, dass die Wärmepumpe plötzlich zu wenig Heizleistung gibt und es kalt wird im Haus. Wenn man aber einen Smart-Grid-Ready-Kontakt an der Wärmepumpe hat, dann wird einfach, wenn man genügend Solarstrom hat, die Temperatur im Haus vielleicht um zwei Grad erhöht und der Pufferspeicher allenfalls hat voll aufgeheizt. Dann hat der Smart-Fox eben auch diesen Analog-Ausgang, wo man einen Leistungssteller zum Beispiel ansteuern kann, um einen Boiler stufenlos zu laden. Und es gibt natürlich auch noch weitere Möglichkeiten. Es hat noch einen Ausgang, um über das Internetkabel ein Elektroauto zu laden, also auch eine Elektroauto-Ladestation stufenlos anzusteuern. Und deswegen kann der Smart-Fox relativ viel. Das Ganze kann dann über die Handy-App gesteuert werden und auch ein- und ausgeschaltet werden, falls nötig. Wobei natürlich das Ganze automatisch funktioniert, aber wenn man möchte, kann man das auch übersteuern mit dem ein- und ausschalten. Also das wäre jetzt so ein Beispiel gewesen von einer Steuerung, von einer PV-optimierten Steuerung. Jetzt gibt es natürlich aber auch schon bei den Wechselrichter-Herstellern ganz viele, die da schon einige Funktionen eingebaut haben. Hier wäre jetzt ein Beispiel, das so zum Beispiel bei Fronius, bei Kostal oder SMA existiert. Da gibt es einfach einen potenzialfreien Kontakt direkt am Wechselrichter. Also wir haben hier den Wechselrichter. Jetzt in diesem Beispiel ein Kostal-Wechselrichter mit einem Energy-Mieter. Der Energy-Mieter, der misst eigentlich, wie viel Energie ins Netz eingespeist wird oder vom Netz bezogen wird, gibt dann dem Wechselrichter diese Rückmeldung. Und wenn Energie ins Netz eingespeist wird, schaltet dann der Wechselrichter direkt einen Boiler ein über einen potenzialfreien Kontaktschalter und ein Relais. Und das ist dann direkt im Wechselrichter integriert und braucht keine weiteren Gerätenerden. Von dem her ist es sehr günstig zu realisieren. Ja, da braucht man eigentlich nur den Elektriker, der das anschließt. Bei Fronius hat es sogar noch ein externes Gerät, das direkt zum Fronius-Wechselrichter passt. Das ist der Ohm-Pilot. Der kann dann eben auch bis zu zwei Heissstäbe stufenlos steuern und die Energie dort reinstecken. Und da hat man dann eigentlich auch schon wieder eine zusätzliche Funktion direkt vom Wechselrichter, die dann auch sehr günstig zu realisieren ist. SolarEdge geht noch weiter. SolarEdge hat ein Smart Home System mit verschiedenen Komponenten. Das tönt jetzt auf den ersten Blick ganz gut. Da gibt es so einen Heizstab-Regler mit 3 Kilowatt einphasig, wo man dann eben stufenlos einen 3 Kilowatt-Boiler ansteuern kann. Nur ist das Problem, dass es in der Schweiz fast keine 3 Kilowatt-Boiler gibt. Wir haben fast nur 6 Kilowatt-Boiler. Das geht dann wieder nicht, ausser der Elektriker baut den Boiler um und hängt halt eine Phase ab. Dann geht es meistens dann doch irgendwie. Aber in der Schweiz ist es dann halt nicht immer einsetzbar. Das ist eher auch für Deutschland so konzipiert worden. Genau gleich ist es mit dem Steckdosenschalter mit integriertem Zähler. Dann sieht man hier eigentlich eine super Idee. Man kann dann diesen Kasten hier in eine Steckdose reinstecken. Und wenn man Überschussstrom hat, wird diese Steckdose freigeschaltet. Übrigens, das ganze System funktioniert alles über WLAN. Und deswegen muss man auch kein Kabel dorthin ziehen. Nur jetzt sieht man, das System gibt es leider nur mit deutschem Stecker. Das heisst, wenn man das in der Schweiz installieren möchte, müsste man zuerst einen Adapter in die Steckdose einstecken. Und dann dieses Gerät hier und dann nochmals einen Adapter. Und das ist natürlich in der Praxis nicht praktikabel. Das würde ja dann irgendwann abbrechen. Ist ein viel zu langes Konstrukt. Deswegen ist auch das in der Schweiz nicht wirklich praktikabel. Was dann noch übrig bleibt, ist eigentlich der potenzialfreie Kontaktschalter. Der dann eben einen Boiler oder ein anderes Gerät einfach ein- oder ausschalten kann. Und hier hat man jetzt den Vorteil, man kann bis zu 10 solcher Kästchen installieren. Also man kann bis zu 10 Verbraucher pro Wechselrichter, pro SolarEdge Wechselrichter ein- und ausschalten. Und das ist natürlich schon ein grosser Vorteil, dass es nicht nur ein Gerät ist. Allerdings muss man da etwas Vorsicht warten lassen. Ich habe das schon mal gemacht. Bei einer Anlage mit etwa 30 Kilowatt haben wir dann neun 6-Kilowatt-Boiler über diesen potenzialfreien Kontaktschalter angesteuert. Und diese einfach dann ein- und ausgeschaltet. Das hat dann mehr schlecht als recht funktioniert. Die Steuerung von SolarEdge ist nämlich relativ schlecht programmiert. Und es wurde dann einfach, wenn man genügend Solarstrom hatte, um einen Boiler zu laden, wurde Leistung. Da hat es dann zwar sofort gemerkt, hat nach einer Minute begonnen, immer mehr Boiler wieder auszuschalten, bis dann am Schluss nur noch einer übrig war, der eigentlich laden sollte. Aber es hat dann einfach nicht wirklich zufriedenstellend funktioniert. Und aus meiner Erfahrung her kann ich sagen, bis zu drei Geräte kann man gut mit diesem potenzialfreien Kontaktschalter ansteuern. Wenn es mehr sind, dann wird es etwas schwierig, weil einfach die Steuerung zu wenig weitentwickelt ist im Moment noch. Wird da vielleicht auch in Zukunft auch noch etwas besser. Zum Schluss möchte ich noch auf das E3-DC Smart Home eingehen. Das ist jetzt vielleicht der Wechselrichter mit dem umfangreichsten integrierten Smart Home System. Und zwar E3-DC ist eigentlich ein Wechselrichter mit integriertem Batteriespeicher. Mit Nordstrom-Funktion und sie haben dann eben dazu auch gleich ein Smart Home System integriert. Das kann über Modbus kommunizieren, also zum Beispiel Geräte ansteuern, die ein Modbus-Signal verstehen. Es kann auch direkt mit einer Wärmepumpe kommunizieren, die einen Smart Grid Ready Eingang hat. Also das Smart Home System hier hat einen Smart Grid Ready Ausgang und die Wärmepumpe dann einen Smart Grid Ready Eingang. Und kann dann so den Überschussstrom in die Wärmepumpe reinstecken und dann die Wärmepumpe eben das Haus vielleicht um zwei Grad mehr erwärmen. Zudem kann man auch wie bei SolarEdge mehrere potenzialfreie Kontakte ansteuern, also Verbraucher einfach ein- oder ausschalten. Und dann haben sie noch eine X-Komfort-Schnittstelle und mit dieser X-Komfort-Schnittstelle kann man dann die verschiedensten Aktoren, die halt mit diesem Protokoll kompatibel sind, ansteuern. Da gibt es dann zum Beispiel auch Lampen oder Wärmepumpen, Lüftungsanlagen, da gibt es dann alles Mögliche, was man damit ansteuern kann. Und man könnte dann sogar eigentlich das Licht damit ansteuern, wobei das ist natürlich nur mässig sinnvoll, wenn man keinen Solarstrom hat und dann das Licht auslöscht, ist es sicher nicht ganz das, was man will. Aber man könnte es trotzdem integrieren, weil dann könnte man nämlich das Licht einfach über das Handy halt manuell ein- und ausschalten, über die App von E3 DC. Da hat man dann schon ein sehr umfangreiches Smart-Home-System mitgelebt. Ich danke für die Aufmerksamkeit, das war einfach jetzt mal ein kurzer Einstieg in diese Thematik und ich freue mich jetzt auf eine spannende Diskussion.